und auch gar johann gestartet dann kann es losgehen wir fahren erst mal in deutschland mit dem fortfokus habe ich schon ausgewählt den ersten gleich im ersten oder dem 2007 mit dem ersten rally oder stopp mal ok 2007 das ist nicht der erste ja das ist mir dann auch aufgefallen ich hoffe alle haben die richtige karre ausgesetzt ich hoffe auch ich habe jetzt den richtigen genommen das sieht hervorragend aus reifen weich wo habe ich denn die hand plötzlich netter speichertakt fehler steuerung angucken eingabe ok super taste 2 whatever taste 2 ja das musst du rausfinden ich glaube es war der shift pedal weil hier shift ich ja du hast ja Zeit das zu testen jetzt auto fährt sich fantastisch letzter renntag mit nice bin ich mit dem fehlstart losgefahren weil ich genau die handbremse nicht erwischt hatte ach ich glaube es ist der shift pedal werden wir ja bis wir dann sehen wir warten wir so bei uns bei ihm ja 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 hab jetzt schon gemacht start 50 6 links über gruppe 80 viel glück 5 4 3 2 1 los 50 6 links über gruppe 80 5 rechts über gruppe in 4 links täuscht 2 rechts über gruppe ja karre fährt sich geil ich bremse die karre zieht nach links also falsch erstmal dass ich erstmal einen schaden habe 50 6 links 200 verdeckt kehre links dann warst du zu schnell ich habe gebremst der hat dabei weggezogen 120 6 rechts über gruppe lang 250 kehre links 50 verdeckt in kehre rechts weit bergauf 100 don't cut 5 rechts in 4 links lang macht auf nice langsam 4 rechts über gruppe wände in 4 links lang macht auf in 5 links nach auf 50 4 rechts sehr lang mach zu don't cut in 4 links extra lang mach zu 3 hey die karre ist wenn sie will aber auch ganz schön slidey ey in 4 rechts über gruppe lang mach zu in 5 links in 4 rechts mach zu 60 über gruppe 6 links 50 abzweig kehre rechts achtung don't cut in abzweig kehre links weit ich soll doch zuhören 120 über gruppe abzweig 2 rechts mach auf über gruppe fuck stein 200 rechts halten in gabel 4 links macht auf voll über gruppe in achtung rechts halten über gruppe in don't cut 4 links mach zu 3 mach zu in rechts halten für 50 60 100 nicht schon wieder wegdrehen 100 die ist viel zu rutschig aufm arsch ey 4 rechts macht zu über gruppe 120 3 rechts abzweig macht zu die musst du ja teils abfangen in don't cut 4 links sehr lang macht auf über gruppe 100 gabel 4 rechts don't cut in 1 links abzweig 200 200 don't cut 4 rechts lang langsam 30 abzweig 2 links mach auf über gruppe berg auf in 5 links lang in 5 rechts lang mach zu 3 don't cut das ist eigentlich problem mit der karre oder warum warst du soweit hinten die ist nämlich ganz schön ekleierhaft beim rutschen ne 50 50 das ist unter steuern nur wäre ich habe ich habe nämlich richtig probleme mit der karre ganz ehrlich das hat renne gewonnen gut gemacht ich hoffe die reifen sind in ordnung die blöden steine so festgepasst schau dir mal schau dir mal an wie viel schade ich gefressen hat mein lieber war einfach kein wunder da war irgendwas im bus und da habe ich mich richtig schön festgefressen mit der kirche jetzt noch irgendwie rein sollen oder müssen wir das jetzt wieder brechen in der lobby müsste es gehen du meinst die lobby die wir nicht du meinst welche lobby so warte ich was lehre du jetzt gleich in die nächste strecke rein oder nicht so jetzt müsste es eigentlich gehen das muss ich machen ach die lobby wenn man noch weiter drückt hinterher hüpfen weil du jetzt leider pech hast wissen wie man hüpft wir haben den port escort mk2 oh jo das war das bullshit setup ne wo waren denn die frontstar wie gesagt so ich habe irgendwas gefunden ich glaube oder bin ich mit dabei keine ahnung ne aktuell bist du nicht dabei mit fahrer 4 von 8 ah doch 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 ich glaube ich bin ich warte denn auf warte denn auf ich glaube ich bin jetzt irgendwie ja da kann ich euch sehen wieso sagt der ja ich bin der lobby ihr seid im servicebereich warum warum soll ich jetzt die regenreifen nehmen ok muss ich jetzt irgendwas machen oder warte ich einfach oder ja ja frontstabilisatoren 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 auf ganz ha auf ganz veröbten äh die stabilisatorenfront auf ganz fest oder was aber du bist jetzt auf dem server kirche oder wie wir sind hier zu viert glaube ich bin in der lobby jetzt denke ich mich irgendwo mich reingeklickt keine ahnung wie weil ich sehe eine teilnehmen müsste nur drei deswegen dieser im servicebereich steht hier denkt in der lobby während wir im rennen geladen sind aber ich so verstehe ich das gerade wenn ich da glaube ich jetzt nichts machen oder dann muss er kann er erst beim nächsten rennen rein ok was war was war jetzt bullshit frontstabilisatoren steinhart verstehe ich das da sind bei den fehlen stabilisatoren front auf fest oder was stabilisatoren auf ganz fest bei federn danke und die reifen auf regen lassen oder was weil er die hier auf regen will naja es regnet ne ok entschuldige was ich gefragt hab ach dann ist kirche am nächsten rennen dabei drei links 150 viel glück ist auch blöd kirche das sind wenigstens irgendwie zuschauen 5 4 3 2 1 los 6 rechts 103 links 150 so links extra lang macht so ich mich in drei rechts auf 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 die karaoke in 5 rechts lang macht auf 30 2 rechts lang in 3 links in 3 links 4 links in 3 links 30 4 links don't cut 1 rechts macht auf über kuppe mit 2 rechts in 2 rechts in 3 rechts in 3 rechts über kuppe extra lang macht zu 2 lang in 6 rechts in 5 rechts über kuppe extra lang Achtung macht zu 2 lang in 6 rechts in cat 5 links macht auf 150 2 rechts macht auf ich hab gleich keinen bock mehr 4 links macht zu 3 über brücke 30 4 links lang macht auf in 5 rechts 100 4 rechts eng in 6 links kurz 40 4 rechts macht auf 6 und kuppe in 2 links don't cut in 5 rechts lang 3 links lang macht zu 2 macht auf 6 lang über kuppe in 1 rechts lang macht auf 30 small cut 3 links lang in 3 rechts lang über kuppe in 4 links also kaum gas weg drehen in 4 rechts in 4 links lang in 5 rechts in 3 links lang in 5 rechts über kuppe in cat 5 links in 6 rechts macht auf 50 3 rechts cut 5 links in 6 rechts über kuppe in 4 links lang small cut 50 in 6 rechts über die braz 163 macht auf 10 sick 3 rechts lang macht auf in c att 4 links Vier rechts in 3 links macht zu small cut in rechtине nach rechts halten für 50 vier rechts 100 5 links Katz, spät, extra lang, 30 Frühe 5 rechts, über Kuppe, Katz 6 links, 50 6 rechts lang, Katz 6 links, in 6 rechts Katz 4 links, in 6 rechts, Katz 6 links 5 rechts, in 5 links, über Kuppe, in 6 rechts lang, 30 4 links, Big Katz, in sofort 3 rechts In 4 links, 30, 2 rechts, macht zu In 2 links, extra lang, macht auf, 120 Kuppe, in 3 rechts lang, macht zu In Katz 5 links In 3 rechts, extra lang, über Kuppe, 50 3 links lang, in 5 rechts In 4 links lang, 80 Small Katz, 6 links, in 3 rechts, extra lang, macht zu Ich weiß nicht, dass er sich weg, oder Es klingt scheiße 6 links, extra lang, macht zu 4, 30 5 rechts lang, Achtung Und 30, 1 rechts Und ich fang wieder runter In Don't Cut, 3 links lang, langsam 50 Abzweig, kehre rechts Alter 300 Ich bin falsch gefahren, echt so dumm bin Ah, zweiter Fehler, fuck ey 5 rechts, in Don't Cut, 3 links, macht zu In 4 rechts, in Katz 3 links, in 2 rechts, macht zu Ich kann überhaupt nicht wieder frei, ich drehe mich nur ein Oh, der überschlag mich und fall von der Strecke In 3 rechts, in 5 links, Small Katz, in 5 links, Small Katz, in 5 rechts, lang, über Kuppe, in 5 rechts, lang, über Kuppe, in 5 links, über Kuppe, in 5 links, über Kuppe, macht auf, 50 1 rechts lang, macht auf Und wollen wir wieder von der Strecke runter, Karre? Yo, okay, dann setzen wir uns nochmal 1 rechts lang, macht auf Ich bin kurz davor, mich mit Absicht disqualifizieren zu lassen, ehrlich In 4 links, macht auf und macht zu 4 links, sehr lang, 80 2 rechts, Small Katz und 3 rechts, Katz Ja, und wieder von der Strecke runter, weil ich wieder scheiße gebremst hab, komm 2 rechts, Small Katz und 3 rechts, Katz Ich hab, ich hab jetzt mal die 2.0 verliert Rechts halten, für 80, Kuppe Und voll links Kann's einfach nicht mehr 6 links, 50 4 rechts, macht auf 6 Extra lang, macht zu, über Kuppe Wenn ich so gegen eine Wand rede, mach ich auch mein Mikrofon aus 4 links, extra lang, macht auf 6 60 Red ich halt mit mir selber Das tue ich sowieso irgendwie Dennis reagiert nicht Voll rechts, 50 3 links, lang Und alles Und Kirsche Hat auch sein Mikrofon aus In 5 rechts lang Und 4 rechts kurz Fahren wir wieder? Oder können wir zurück? Nein, okay, dann fahren wir hier lang Nee, das ist zum... Ich hab gleich keinen Bock mehr Nee, das ist doch nicht mehr feierlich Ist mein Intelligenzquotient auf 0 geraten bei Dirt Ready, oder was ist los? Ich versteh es nicht Ich versteh es nicht Schon beim vorigen Guck mal hier Und 3 links lang Macht auf 100 Ich hab ne ganz andere Befürchtung Und ich hoffe nicht, dass Dennis das getan hat In 5 rechts 30 Alter, meine Fresse In 6 links In 5 rechts Small cut 5 links Meine Hilfen Aus Das ist nicht dein Ernstauto 30 4 links Macht auf 6 Extra lang 30 5 rechts Überkuppe Links halten Für 30 Es fühlt sich so an Als wären meine Hilfen aus Ich weiß nicht wieso Jo, ey In 3 links Macht zu 100 Was mach ich denn? Nee, doch vom Ziel Hier für ne shit 6 rechts 150 Alter Schwede Das war jetzt auch mit dir alleine reden Das ist so toll, dann ist es 3 links Macht zu 3, 4 dicke Fehler In 4 rechts Sehr lang Macht auf In 5 links Lang Ich will mir nicht dazu Wenn ich eine 3 hätte 30 3 rechts Lang In 4 links Extra lang Macht auf Was aber echt schnell hier, René In 5 rechts Extra lang Macht auf In 6 links War es ja echt gleich schnell Wie ich so Holy shit Du bist echt heftig schwer Eine Ebene In 6 rechts lang In 4 links Extra extra lang Macht auf Mit den Fehlern da hat es mir natürlich ganz versaut Komplett Und du schienst da ja echt komplett fehlerfrei durchgekommen zu sein Ja, ging gut In 6 rechts lang In 4 links Extra extra lang Macht auf Mit die kalten für 30 6 links In 5 rechts extra lang Macht auf Mit die kalten für 30 4 rechts In 4 links lang Macht zu Ob man das da lesen kann Ich befürchte mich aber nicht Wow In 4 rechts 80 Voll rechts Überkuppel In 5 links 40 3 links Macht zu Und der Regen macht es ja noch langsamer In 3 rechts In 5 links Lang Wenn es nur das wäre Und 50 6 links Achtung 30 3 rechts Macht zu Macht auf 6 lang 30 2 links lang Macht zu In 3 rechts Macht zu Überziehe Ich habe das Gefühl Du bist heute besonders stark 50 Bis Stopp Gut gemacht Ich fahre heute auch mit Brille wieder Das ist ein bisschen einfacher Was hast du ihm am Anfang gesagt Hab gerade nicht verstanden Das doch stehen Ich fahre heute auch wieder mit Brille Ich habe ein gutes Gefühl Aber warten wir auf die Zeiten Letztes Mal bin ich ja Monitor gefahren Ach so Das hilft Auf jeden Fall Finde ich zumindest Ja Kann man für besser einschätzen Bessere Geschwindigkeitseinschätzung Bessere Distanzeinschätzung Jo Ich habe diesmal richtig Probleme mit den Karren Als wären irgendwie Keine Ahnung Was anders Ich bin nur am Wegrutschen Durchgehen Und darf mich dauerhaft Resetten Ja Das war aber auch schwierig zu fahren Das Rennen Das war der Zitrön glaube ich Ne Was muss ich jetzt drücken Achso Ja Der? Der C4 Rally O Citroën C4 Citroën C4 Hier ist kein Bullshit setup Ich habe bei beiden Rennen das Problem Dass mir die Karre wegdreht Ja, da hat man auch die ganze Zeit die weggedreht. Keine Ahnung, ich muss gleich mal gucken. Ist alles normal? Komisch. Fliegt jetzt hier jeder nach dem nächsten Rennen immer raus jetzt, oder? Ich bin raus, ja. Ja, dann... Start, 80, vier links bei Ballen, Don't Cut, 30, zwei links verdeckt und Ballen, Kopfstein. Na guck, dann müsste der nächste Ich irgendwann sein. Dennis darf ja nicht rausfliegen, sonst ist die Lobby weg. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Sechs links, extra lang, macht auf über Kuppe, 30, sechs links... Ah, also bin schon mal wieder der Meisterschaft herbeigetreten. Okay. Ja, bin da drin. Aua. Ja, ja, wir sind mitten im... Na, oh. Wir sind halt mitten... Ja, wir sind schon mitten im Fahren, deswegen musst du warten. Sechs rechts, dreißig... Boah, Untersteuerung des Todes, oder was? Kuppe voll bis Sprung voll, 50, sechs rechts, über Kuppe lang, macht auf über Sprung, in sechs links... In langsam drei rechts, Abzweig, macht zu eng, in drei links, Übersprung, 30, Kuppe voll, 50... Alter! Sechs links, 50... Mit die Kalpenübersprung, in sechs rechts... 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 ...zu können. Und vier links lang, macht zu, 50... Abzweig, eins rechts... Alter, ich lenke ein. Danke. In fünf links, über Kuppe, in zwei rechts lang, macht zu, Asphalt, 200... Hier, da geht wohl das Ding jetzt auch rein, sieht man, ne? Was? Durchhäuser, langsam, sechs rechts, über Brücke, in links halten, für 50... Schikane, eins rechts... Schikane... Fünf links, Ausgang, 200... Abzweig, eins rechts, verdeckt, 80... Voll mittig, über Kuppe, 50... Vier links lang... In Schotter, fünf rechts, macht auf, 70... Kuppe, in fünf links, macht auf, übersprungen... Und rechts halten, übersprungen, extra lang... Hundertfünfzig... Achtung, langsam, mittig, kalten, übersprungen... 30... Hört sich vielleicht irgendwie wieder auf die Strecke zurück? Ich bin nicht... Ich weiß nicht, wo ich bin... Drei links lang, macht zu... Ich lass mich mal nicht mobilisetten... Macht auf, 80... Drei links lang, macht zu... Macht auf, 80... Ich schlenke ein, die Karre und sagt, nee... Mittig halten, über Kuppe lang, 50... Vier rechts lang, macht zu... Macht auf, über Kuppe, in drei links lang, 50... Mittig halten, über Kuppe, in vier rechts, macht auf, 50... Sechs rechts, über Kuppe, Wellen, 30... Drei rechts, über Kuppe, 30... Rechts halten, über Kuppe, Achtung, langsam, 30... Abzweig, kehre links... Dreißig... Sechs links... In sechs rechts, 100... Mittig halten, über Kuppe lang, 80... Sechs rechts lang, macht auf, über Kuppe, extra lang... Macht auf, über Kuppe, 50... Sechs rechts lang, macht auf, Kuppe, 100... Voll rechts, in links halten, über Kuppe, 40... Sechs links, über Ziel, 70... Bis Stopp, gut gemacht... Drei ist schon drin... Stand doch an der Seite, dass da dem Schiff wieder beigetreten war... Ja, ich bin... Ich bin in der Lobby, genau... Diese WP war schwierig, aber es hat sich schnell angefühlt... Wir sind durch... Wäre ich das Rennen denn irgendwie nachfahren oder so? Kannst du... Ich glaube, es gibt kein Rennen, wo ich mich resetten muss, mal, oder? Was? Es gibt kein Rennen, wo du dich resetten musst? Nein, da... Nein, nein, ich reset mich aktuell wirklich in jedem Rennen. Ich weiß aktuell... Es... Es fühlt sich so an, als hätte ich Dirt Ready 2.0 komplett verlernt. Ich kriege nichts mehr geschissen. Überhaupt nix mehr. Ich weiß noch nicht, warum. Die Nachfahrten können wir gerne, wenn ihr möchtet, am Anschluss machen. Ja. Not me. Jetzt werde ich noch mehr sauer. Wo fahren wir denn jetzt, als nächstes? In Schweden! Komisch. Welche Auto war noch mal? Ich seh noch nix aktuell. Der Ascona. Ich seh auch noch kein Auto, es ist noch... Der Ascona. Aber wenn du in der Lobby bist, dann sind wir halt noch nicht. Ah ja, jetzt kommt's ja. Ja, man muss immer die Timer abwarten, das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Jetzt kannst du das Auto sehen, ne? Ja, ja, jetzt sehe ich noch was wieder. Das ist, wie gesagt, der... Welches war's jetzt? Der Ascona! Opel. Die zweite Karre direkt. Die zweite Karre direkt. Fahrt doch schon mal warm in Schweden. Da fahren wir nämlich später die ganze Zeit. Weißt du, das Wärmland. Sieht gar nicht so warm aus. Wir haben heute irgendwas... Oh, wir haben Schneesturm. Ja, ja. Nicht so warm. Oh, ne, warte mal. Ich kann ja nur Schnee auswählen. Warum nur? Okay. Wenn man hier irgendwas umgestellt hat übrigens, ähm... Speichert er das irgendwo? Dieses Bullshit? Nur wenn du es selber willst. Sonst speichert er es gar nicht. Ja, du... Also das Fahrzeugsetteres musst du manuell speichern. Aber das Rennen hat ja kein Bullshit. Ne, ne, genau. Ich guck jetzt immer. Ich gucke mal die Autos durch. Nicht, dass ich das irgendwann mal verstellt habe. Okay. Aber wenn das nicht automatisch gespeichert wird... Nein, nein. Solange du es nicht selber willst, passiert es nicht. Ne, ne, du lädst immer mit einem Standard-Setup rein. Und wenn du irgendwas laden willst, musst du halt dein gespeicherte Setup laden oder selber verstellen. Okay. Okay, viel Glück. Start. Fünf links. In sechs rechts. Viel Glück. Hauptsache gerade dann, wo Winter ist und alles. Komm, haben wir natürlich eine Schneestrecke. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Los. Fünf links. In sechs rechts. In sechs links. Über Kuppe. Fünfzig. Vier links eng. Sehr lang. Nicht, dass du da dran sitzen, danke. In sechs rechts lang. Fünf links eng. Nein! In sechs rechts. Sechzig. Sechs links. Und rechts halten für dreißig. Sechs links. Übersprung. In sechs rechts. Sechzig. Extra lang, macht zu. In 6 rechts über Kuppe. 50, 4 rechts über Kuppe. In 5 links lang, macht zu über Kuppe. In 5 rechts über Kuppe, macht auf bei Kreuzung. Macht zu, 6 über Kuppe. In 6 links. In Abzweig, 3 rechts lang. 30, 4 links über Kuppe. In 6 rechts lang. In Achtung, 3 links lang über Kuppe. Und Senke macht auf, 6 über Kuppe. 40, 4 rechts macht auf über Kuppe. In 6 links. 30, Kuppe und Gabel. 4 rechts, macht zu. Macht auf über Kuppe. 50, rechts halten über Kuppe. In 6 links. 70, Sprung in 6 rechts. 100, über Wellen. 5 rechts, durch Senke. In 5 links über Kuppe. 70, rechts halten über Kuppe. In Achtung, 6 links über Kuppe. Und Gabel, 3 rechts. In langsam, 4 links. In 2 rechts, macht zu. 50, frühe 4 links. Über Kuppe lang. In 6 rechts. In 5 links, sehr lang, macht zu. 4. In 3 rechts eng. In 3 links lang, macht zu. Macht auf. 60, 60, frühe 6 rechts. Macht zu. Über Kuppe und Sprung. 60, frühe 5 rechts. Über Kuppe. In 6 links. 40, 3 rechts, macht zu. Und 3 links. Macht auf, 6 lang. Macht zu. In 3 rechts, macht zu. In 6 links, sehr lang. Macht auf, über Kuppe. 100. 6 links, macht zu. 4. In 5 rechts, extra lang. Macht auf. 150. What the fuck? Links halten, übersprungen. In 6 rechts. 60, Achtung. Rechts halten, über Kuppe. In 3 rechts. 50. 4 links, macht zu. Macht auf, über Kuppe. Langsam. 30. Ab 2 verdeckt. 1 rechts. Macht auf. 50. Was stimmt mit denen heute nicht? Rechts halten, über Kuppe. In 6 links. 70. Kuppe lang. Meinst du? In 6 rechts, über Kuppe, Sprung und Sprung. In 4 lang, durchsenke. Oh nein, dann bin ich ja soon der nächste. 6 links, extra lang, über Kuppe. In 6 rechts, 80. Mal gucken, wann ich dann der nächste bin. Rechts halten, über Kuppe. In 3 links, 8, 2. Das nervt mich gerade richtig, weil das Rennen war geil. Macht auf. 100, über Kuppe. Und 5 rechts lang, macht zu. 50. 6 rechts, übersprungen. Was ist denn das so? Und mittig halten, übersprungen. 150. Was ist passiert? Jetzt ist er rausgeflogen. Bin ich rausgeflogen, das riecht mir jetzt richtig auffall. 6 links, 80, über Zier. Das heißt, der nächste müsste bald ich sein. Das ist nicht schön zu wissen, dass ich bald der nächste bin. Die ist wieder rausgeflogen. Jetzt ist es Dennis gewesen. Hä? Wie geht das denn? Wieso können wir dann weiterfahren? Weil scheinbar die Server so sind, dass jetzt irgendjemand anders raus ist. Wer auch immer der jetzt ist. Wie hat sich das Auto in dieser WP angefühlen? Krone auf. Möchtest du beim nächsten Serviceänderung am Setup vornehmen? Ja, ich komm wieder rein, wenn es denn irgendwie geht. Ich kann dir nur die Lobby nicht geben, du. Sorry. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Doch, das kannst du. Ja, aber ist das jetzt so schlimm, dass ich die jetzt hab? Ich weiß es gar nicht. Ah, ist die wie der neue Host oder was heißt das? Ja, ist halt mal... Ja, irgendwie. Wo kriegt ihr eigentlich eure Setups her? Oder macht ihr die selber? Äh, YouTube. Da gibt es so einen Kanal. Ich weiß jetzt gerade nur seinen Namen nicht. Bei 11 Sekunden war er gerade schon vorne, bevor er rausgeflohen ist. Das ist ja auch klasse. Ist er wieder drauf connected, Dennis? In der Theorie, ja. Bist du in der Lose? Achso, achso, ihr returnt gerade. Wie es aussieht. Ja, ja, die hängen hier noch irgendwo, naja. Mann, das Rennen war geil. Das richtet mich jetzt richtig auf. Was haben die denn mit ihren scheiß Servern heute? Ja, jetzt haben wir die... Deswegen würde ich lieber meinen Server... Deswegen würde ich lieber meinen Server selber hosten wollen, statt dass... Statt dass die das machen. Der Golf-Kids-Car. Wir haben jetzt parken gehen. Der Golf-Kids-Car. Vor allem noch während des Rennens. Das riecht am meisten auf. Aber ist es jetzt schlimm, dass ich jetzt da Haus bin? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, die Meisterschaft ist ja trotzdem erstellt. Bist du eh nicht lange. Fliegst du jetzt nicht groß aus. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste ich jetzt bald der Nächste sein. Das ist eigentlich wahr. Ich hoffe es noch nicht. Wo fahren wir? Wir fahren in... Immer war ich. Argentinien, ne? Ja. Da bin ich ja das richtige Setup drin. Nicht, dass ich angefoltert Schottland-Setup reinlade. Macht das so einen Unterschied? Weiß ich nicht. Wenn du... Start. Wenn du nur... ...drei links lang. ...eine Etappe der Fenster aufweichen. ...in fünf rechts, mach auf über Kuppe. Dreißig über Wellen. Vier rechts lang. Ich glaube, er hat jetzt wegen des Setups bestimmt gefragt. Oder so. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Er hat zu viele Steine. Drei links lang. In fünf rechts, macht auf über Kuppe. Dreißig über Wellen, vier rechts lang, macht auf über Kuppe und Wellen. In vier links, in Don't Cut, kehre rechts, in fünf links. Kehre. Ja komm, ich will die Kehre haben. In eins links, in drei links, in eins links, lang und rechts halten, in Don't Cut, vier links, in fünf rechts, dreißig, drei links, sechs rechts, dreißig, über Wellen, langsam, fünf links, in kehre rechts, verdeckt, in eins links. Dreißig über Wellen, vier links, lang und eben weg, ich will die Kehre haben, aber dann definitiv angehen, einen Über Obel,cked,hésitez,اف bei Kuppe, drei, zwei rechts, dreißig, erwähnen,でも traumierend, glass ofrem, den dreißig, ein, burger und süß auf über Kuppe. auf, in 2 rechts, 30, 2 rechts lang, mach zu, in Abzweig, 1 links, in 2 rechts lang, mach zu, 1, in 1 links, extra lang, mach auf und mach zu, in 5 rechts lang, in 2 links, small cut, 30, 4 rechts, don't cut, in 2 links lang, mach zu, 50, links halten, über Kuppe, in 5 rechts, don't cut, 30, 5 rechts lang, mach zu, 1, in 2 links lang, mach auf, in 6 links, über Kuppe, 30, 1 rechts, verdeckt lang, mach zu, 50, links halten, in 4 rechts, don't cut, in 4 links, extra lang, mach zu, 2, mach zu, 30, 3 links lang, 70, über Wellen, links halten, in 3 rechts, mach zu, 30, 5 links lang, mach zu, in 5 rechts lang, 30, 6 links, 50, über Wellen und Sprüge, langsam, 2 rechts, mach zu, 50, über Wellen und Sprüge, langsam, 2 rechts, mach zu, mach zu, macht auf, 6 lang, mach zu, 4, in 6 links, 50, Achtung, rechts halten, in 1 links, in 1 links, mach zu, eng, 3 rechts, don't cut, 30, 5 rechts, in 6 links, über Welle, 30, don't cut, hat super funktioniert, 4 rechts lang, mach zu, 60, 3 links, verdeckt, in 3 rechts lang, macht auf, small cut, über Kuppe, in 4 links, verdeckt, weit, macht auf, 6 lang, 100, über Wellen, 6 rechts, in 6 links, 70, über böse Wellen, 5 links, über Welle, macht auf, langsam, 30, 1 rechts, macht zu, 50, 2 links, verdeckt, macht zu, macht auf, 30, 3 rechts, eng, 30, 2 rechts, macht zu, don't cut, 50, über Welle, 2 links, mach zu, in 6 rechts, 40, 1 links, eng, in 5 rechts, über Welle, in 6 links, über Kuppe, in 1 rechts, verdeckt, macht auf, 30, Achtung, links halten, in 6 rechts, eng, 6 links, 30, 4 links, langsam, 30, Kehre links, verdeckt, ich glaube, ich fahre die ganze Zeit mit kaputten Reifen, ja, 50, 6 rechts, über Wellen, in 6 links, 30, 30, Kehre rechts, verdeckt, weit, in 1 links lang, 30, 5 rechts lang, in 5 links, in don't cut, 6 rechts, 6 rechts, 30, Welle, 3 rechts lang, macht auf, 6, in 1 links, verdeckt, macht zu, 30, Welle, 3 rechts lang, macht auf, 6, in 1 links, verdeckt, macht zu, in 4 rechts, 4 links, eng, 30, 30, Kehre links, verdeckt, weit, in Kehre rechts, verdeckt, weit, in Gabel 4 links, in Kehre links, verdeckt, weit, in Kehre rechts, und heute ist einfach kein guter Tag, links halten, für 30, 2 rechts, da ist da ein Crash, schon direkt 30, in 1 links, small cut, macht auf, 30, 3 rechts, hast du wirklich einen kaputten, oder warst dir grad noch nicht sicher, hast du gesagt, ich bin überzeugt davon, dass der kaputt wird, 4 links, don't cut, in 1 rechts, verdeckt, lang, macht auf, 6, small cut, und das ist schon seit 3, 4 der Strecke, echt geil, 40, rechts links, in 3 rechts, da wo du vielleicht sagtest, scheiße Stein, oder so, oder scheiß Stein, was sag mal, ja, genau, da, ich denke mal, ab da wird's dann gewesen sein, in 6 links, 30, 4 rechts, in Kehre links, heute ist einfach kein guter Tag, in 3 rechts, mach auf, über Kuppe, 30, 5 rechts lang, über Welle, mach zu, über Kuppe, über Ziel, bis Stopp, gut gemacht. Ich habe ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeiten. Das Setup war ein ziemlich eigenes, weil mir war das zieht, untersteuernd, das Auto. Das ist, glaube ich, nochmal bei dem Ding gewesen, oder? Naja, wenn man die, äh, die Rad und Spur ein bisschen ändert, dann geht das besser. Hattet ihr eigentlich schon den Kanal gesagt, mit den Setups? Ich weiß grad den Namen nicht aus, dann müsste ich später gucken, ich hatte den irgendwann mal abonniert, damit ich mich nicht immer dumm und dämlich suchen muss. Ich kann's dir jetzt grad wirklich so auf Anhieb nicht sagen. Nur sein Setup war halt für trocken und das war halt zu untersteuerlich bei nassen Argentinien, deswegen habe ich die ein bisschen geändert, das Setup. Also ich hab da einiges dran geändert. So, jetzt fahren wir Finnland mit dem 208 R5 T16. Aber der Stein hat das ja ausbalanciert. Bei Nacht. Den hab ich da hingelegt. Jo. 208 R5 T16. Welchen war das? 208? R5, ja. 208 R5 T16. Eppische Busche wäre erstmal so der. Eppische. Heugiot. Ja, Tüger. Das ist eigentlich alles für scheißstreckende Namen. Freu dich, wir fahren Schwede durchgehend Schweden. Dann wollen wir mal in den Kanal, ne? Das fahren wir mit einem M1 Pro Cup. Die fährt sich aber eigentlich auch sehr gut. Mit dem Setup vielleicht, ja. Das Setup kann viel helfen, muss aber auch, kann aber auch. Ist natürlich dann auch, teilt sich vielleicht nicht ohne. Kommt auch immer drauf an. Also, bau nicht immer nur auf Setup auf. Ich mein, ich benutze das Setup und fahr als letzter. Achtzig, Kuppe voll, in sechs rechts, lang, mach zu fünf, über Kuppe. Viel Glück. Also nochmal so. Viel Glück. Irgendwie ist meine Sprachaktivierung im Teams-Picode komisch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Vor links. Achtzig, Kuppe voll. Null. In sechs rechts, lang, mach zu fünf, über Kuppe. Sechzig, Achtung, sechs links, extra extra lang, mach zu drei, über Kuppe. Fünfzig, Kuppe voll, Sprung. No, 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 no. Aua. In vier rechts, über Kuppe. Licht Nummer eins. Mach auf sechs, sehr lang, über Kuppe. Na, wollen wir Licht Nummer zwei werden? Nein, noch nicht. Fünfzig, fünfzig, voll links, übersprungen. Bereißig, fünf links, übersprungen. Hundertfünfzig, fünf rechts lang, über Kuppe. Einhundert, über Wellen. Kuppe und sechs links lang, über Kuppe und senke. Mach zu fünf, links, übersprungen. Einhundert, über Kuppe, voll rechts. Über Kuppe, Sprung, in Achtung, fünfzig. Vier links, über Kuppe. Achtzig. Voll rechts, übersprungen. Einhundertfünfzig. Fünf rechts, übersprungen. Einhundert. Oh, Mann. War wieder nicht gut. Sprung voll, in sechs links, extra extra lang. Mach zu, übersprungen. Ich mach zu viele Fehler heute. Fünfzig. Okay, boah, wenn du so unbedingt willst, das ist grad so gut. Fünf rechts, über Kuppe, macht auf sechs. Extra extra lang. In rechts halten, übersprungen. Und voll links, übersprungen. In mittig halten, über Kuppe, in fünf rechts. Mach zu drei, bei Kreuzung. Macht auf. Über Kuppe. Sechzig. Sechs links, macht zu drei, über Kuppe. Macht auf. Fünfzig. Fünf rechts, macht zu vier, über Kuppe. Macht auf. Macht auf. Sechs rechts, lang. Über Kuppe. Sechs links, lang. Bei Kreuzung. Macht auf. Fünfzig. Mittig halten, über großen Sprung. Dreißig. Sechs links, lang. Macht auf. Über Kuppe und Sprung. Sechzig. Großer Sprung. Über Kuppe. Sechs rechts, macht zu vier, innen halten. Macht auf. Dreißig. Voll rechts, übersprungen. Achtzig. Fünf rechts, übersprungen. Fünfzig. Fünf links, macht auf. Sechs, über Kuppe. Einhundert. Fünf rechts, über Kuppe. Fünf rechts, über Kuppe. Voll rechts, über Kuppe. Sprung. Voll, bis Sprung. Fünfzig. Fünfzig. Voll links, übersprungen. Macht auf, lang. Über Kuppe. Und Achtung, Kuppe. Vier links, durchsenke. Siebzig. Sechs rechts, über Kuppe. Einhundert. Fünf rechts, über Kuppe, Sprung. und voll links und mittig halten übersprungen in 6 links und 6 rechts lang macht auf übersprungen in 4 links über Kuppe 50 4 rechts über Kuppe in 6 links lang macht zu 4 über Kuppe 50 5 rechts macht zu über Kuppe wieder auf die Straße raus aus der Rille, danke 5 links 50 6 rechts 40 6 links übersprungen 50 mittig halten übersprungen in voll links 50 4 rechts über Kuppe 50 6 rechts 80 4 links lang 100 langsam mittig halten über Kuppe 30 abzweig kehre rechts 30 Kuppe und 6 links lang und voll rechts über Kuppe 100 voll rechts übersprungen 120 120 5 links lang 100 100 engel 6 rechts 60 90 mittig halten über großen sprung und langsam Kuppe 30 1 rechts macht auf über Kuppe 150 voll rechts über Kuppe sprung 90 5 links früh über Kuppe sprung 60 5 links früh über Kuppe sprung 50 5 rechts extra lang in Achtung 5 links über Kuppe macht auf nicht nein, 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 nein nein, nein oh, gut gegangen 100 über Kuppe 6 links macht zu übersprung und 6 rechts übersprung in 6 links übersprung 100 6 rechts übersprung 80 5 links über Kuppe und senke bis großen Sprung 80 4 rechts macht zu über Kuppe macht auf lang 70 5 links macht zu 3 über Kuppe lang 80 über Kuppe über Kuppe in 6 rechts 50 Gabel verdeckt 6 links 60 6 rechts übersprunge und senke und voll rechts über große Kuppe in 6 links und 6 rechts übersprung in 6 links extra lang über Kuppe macht zu übersprung 100 500 Kuppe voll lang 50 5 rechts macht zu über Kuppe über Kuppe 80 und dann kannst du das nur nicht über den Spectator sehen dann sehe ich bestimmt das ich befürchte was dass er was hat was wir nicht sehen wie erst weil ich befürchte dass deine lichter kaputt sind das siehst bist du doch im spectator doch gar nicht ich glaube ich habe einen platten eigentlich bitte hast du echt oh ja irgendwie in der zweiten stage da hat es einmal geknallt sieht man das irgendwo hier schadensballer also bei mir stand es nicht geringer aber denis fährt dann und dann fuhren danach eigentlich immer noch gut aber ein bisschen langsamer und das gefeuze war ein bisschen lauter fährt jetzt aua aua und wie fährt er recht vorsichtig oder in mittig halten über kuppel 40 5 rechts enge 5 links in mittig halten über kuppel 80 4 links lang bei kreuzung in 6 rechts über kuppel und 5 links macht zu über kuppel macht zu 4 extra lang in 5 rechts sehr lang macht auf 80 über Ziel 6 links bis stopp stopp da kiste aus die karte sieht ja aus ich würde es gerne sehen aber ich werde dir noch zugetextet leider erst komm spiel lass mich ihnen zuschauen danke das klingt nicht gut der motor klingt schrecklich bei ihm irgendwas krasselt da ich glaube der hat Platten hinten er hat hinten oh fuck er hat zwei Platten aber also auf der Fahrerseite vorne und auf der Beifahrerseite hinten hat er dann hier ausgelangst hier klingt wie ein einmal schrauben aber der motor kriegt auch das gerade gesund hat er aufgegeben oder nein die Zeit war um der Time hat aufgegeben ja was war bei dir los nur wegen den Reifen oder hattest du noch es lief super du warst halt sehr weit hinten das war irgendwie falsch weißt du wenn eingeblendet wird schwerer Schaden Aufgabe empfohlen nein oder nicht wurde eingeblendet oh man wenn ich nur wüsste welcher blöde Knopf zum reparieren war ja keine Ahnung jedenfalls wir fahren jetzt gleich komplett Schweden und haben erstmal Standardzitter aber mehr als Halbgas ging einfach nicht aber ich könnte schon mit dem Gas wieder lenken das war eigentlich ganz witzig ja wir sind durch Finnland jetzt durch und haben jetzt Schweden mit dem M1 Pro Car Pro Car und haben erstmal Standardzitter bis zur Service Station ja jetzt ist Standardzitter Pflicht bis zur aber nur bis zur Service Station wenn ich das richtig will aber die Reifen darfst du natürlich trotzdem auf weich machen ist das nicht Schnee? ach ja ist das eh Schnee sorry äh der M1 Pro Car der ist schnell auch auf Standardzitter ja ich fahre immer Standardzitter ja für dich ändert sich eigentlich überhaupt nichts ja das ist genau nur dass ich die Reifen die ich auf Meich gemacht hätte wenn ich die durfte hätte die Reifen kannst du ja nicht ja hätte ich auch nicht der ist schneller als sich das Eis wünscht so gucken wir mal Reifen auch wer hätt's denn gedacht komm fahrt tun wir das Fahrzeug ach nein dürfen wir ja nicht Schnee und Bäume da fliege ich doch wieder gleich rein und reiß mir zwei Reifen runter wir müssen ja auf Standardzitter bleiben ja zumindestens für bis zur nächsten Station ich hoffe mal ich habe noch mehr Probleme als die ich sowieso schon habe sagst du 5 4 3 2 1 los 100 6 rechts 150 mittig halten übersprung in 4 links macht zu über Kuppe macht auf mir ist ja auf ist das eigentlich grundsätzlich so dass es immer nur eine Service Station gibt oder kann das randommatikus eigentlich auch mehr Service Stationen bieten über Kuppe in 3 rechts lang macht auf über Kuppe 6 links über Kuppe 90 frühe 5 links in 6 rechts macht auf 100 6 rechts in 4 links eng lang durch Senke 80 6 links übersprünge 80 über Kuppe 6 rechts eng in 6 links langsam 50 bergab 1 links abzweig macht auf 50 mittig halten über Kuppe in 3 rechts lang 70 6 links über Kuppe macht zu 3 macht auf über Kuppe 50 6 links 60 6 rechts übersprungen 100 5 links über Kuppe extra lang macht zu in 6 rechts extra lang macht auf 80 Achtung Achtung 6 rechts über Kuppe macht zu 4 in 3 links in 5 rechts sehr lang macht zu 3 in 3 links in 4 rechts in 4 rechts lang macht auf über Kuppe in 6 links und 6 rechts sehr lang macht zu 4 in 3 links in 6 rechts lang in 4 links in 4 links macht auf in 4 links Achtung in 4 rechts über Kuppe in 6 links lang macht auf über Kuppe links halten links halten für 80 über Wellen 6 links besprungen 60 6 rechts 6 links 50 Gabel 3 links lang macht auf über Kuppe 50 Kuppe und 5 rechts über Kuppe 30 4 links 50 mit der kalten über Kuppe und 4 rechts lang macht zu 3 in 6 links über Kuppe in Achtung 4 rechts macht zu 50 2 links Abzweig 30 6 rechts lang 30 5 links über Kuppe macht auf und macht zu 4 über Kuppe in 6 rechts macht auf sehr lang in 5 links lang 60 6 links übersprungen maybe in Achtung 6 rechts lang macht auf mittig übersprungen in 6 links in 6 rechts lang 50 6 links in 4 rechts in 4 rechts in 6 links lang in 6 links lang in 4 rechts über Kuppe macht zu sehr lang und voll rechts über Kuppe schneller als dem Eis in 6 links durchsenke Kreuzung in 5 rechts in 6 links übersprungen maybe 50 über Ziel bis stop 5 rechts lang in 6 rechts lang über Kuppe bei Kuppe aber ein gutes Rennen und ich bin nicht rausgeflogen Yay! Und kein dicker Fehler, oder? Yay! Aber wenn du einmal kurz auf den Stein kommst... Ich habe ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeiten. Wie stark kaputt bin ich? Oh, Karosserie schon. Okay. Warum muss man immer die Chime abwarten bei Codemasters? Weil sie es so wollen. Wir sind sonst zu schnell. Ach ja. Hauptsache, deren Server kriege ich jetzt geschissen, dass wir drauf bleiben. Sag das nicht so laut! Und was wird denn... Dann fliege ich noch gar nicht unter den Schlogen. Stimmt eigentlich! Deswegen koste ich lieber selber. Kann ich die auch noch runter fliegen? Warum? Ja, genau. Danke für die Antwort. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Fünfzig. Sechs rechts lang, über Kuppe macht zu. In rechts halten für siebzig über Wellen. Sechs links, extra extra lang, über Sprünge und Wellen. Okay. Sechs rechts, in sechs links, macht auf, extra extra lang, über Wellen, innen halten, in sechs rechts übersprungen, in sechs links über Welle, macht zu über Kuppe, 60, Wellen, 48, drei rechts, macht zu, 100. Sechs links, siebzig über Kuppe, sechs rechts, macht zu, vier über Kuppe, und drei links lang, in drei rechts, macht auf, 100, voll links über Kuppe, 50, drei links, macht zu. Nein, 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 nein. Stehst du quer, siehst du besser. In sechs rechts, sehr lang, macht zu, vier, 30, Gabel, fünf rechts. Das waren jetzt so zwei Rennen. Später werden sie mehr. In fünf links, extra lang, 200. Und das wird auch richtig eklisch dort. Aber wir haben einmal Nacht dabei, ich freue mich schon, wenn die Lichtleiter kaputt sind, dann sehe ich so viel. In sechs rechts lang, in sechs links lang, macht zu, in mittig halten, über großen Sprung. Eigentlich sollten wir für Schweden mehr Stations bekommen als nur eine. In sechs links lang, macht zu, in sechs rechts lang, macht auf, mittig über Kuppe, 30. Oh, ja, komm, das war für 16, oder da geht's. Drei rechts lang, in sechs links, 50. Uuuup! Vier rechts, macht auf, 70. Jetzt, ich wäre ja, wenn ich so krass ausgenutzt, dass alle gleichzeitig platzen, und dann war's das. Fünf links, über Kuppe, 100. Der ist schon irgendwie witzig. Nee, man wäre so witzig, weißt du? Frühe fünf links, über Kuppe, 16 rechts. Oder als, keine Ahnung, was dann passiert, wenn die komplette Komplettplätze abgenutzt sind. Du, das schlechter klappt, die können nicht platzen. Sechs rechts, in sechs links lang, in rechts halten für 60, Gabel, drei links, 60. Man kann's ja dann kaum noch fahren, du bist ja nur noch am Sliden. Sechs rechts, über Sprung, macht auf, 40. Mittig halten, über Kuppe, in sechs rechts, 80. Sechs links, über Kuppe lang, in rechts halten für 150, links halten über Kuppe, 80. Fünf links lang, über Kuppe, 100. Welle, und vier links, sehr lang, macht auf, über Brücke, und macht zu, drei. In langsam, drei rechts lang, macht zu, zwei. In fünf links, macht zu. In sechs rechts, lang, macht zu, über Kuppe. In drei links. In sechs rechts, extra lang, über Kuppe. In sechs links, macht zu, drei, über Kuppe, sehr lang. In sechs rechts, rechts rechts, über Kuppe, in sechs links, über Wellen. In sechs rechts, über Kuppe, in sechs links, über Wellen. Drei Stücke hintereinander. In rechts halten, für 150, über Wellen. Achtung, drei links, über Kuppe, macht auf. 100. 6 rechts. 100. Rechts halten. Über kleine Kuppe. 70. 4 links. Innen bleiben. Durch Senke. Kuppe. 80. 5 rechts lang. Macht zu. In 5 links. Macht auf. Über Kuppe. 60. 6 rechts. 6 links halten. Für 150. 6 rechts. Sehr lang. In voll links. Macht auf. 160. 6 rechts. Über Kuppe. Links halten. Für 60. 6 rechts. Über Kuppe. In rechts halten. Übersprung. In 6 links. 6 rechts. 6 links. 6 rechts. Über Kuppe. 6 links. Über Kuppe. Langsam. 80. 4 links. Sehr lang. Bei Kreuzung. Achtung. 60. 2 links. Abzweig. Lang. Macht zu. 1. 100. 100. Kuppe voll. Sprung. 130. 6 rechts. 120. 6 links. 6 rechts. Über Brücke. Macht auf. Extra extra lang. 200. 100. Ja, gar nicht so. Bergauf. Über Wellen. Mittig halten. Über Kuppe voll. 60. 6 links. Über Kuppe. 200. Achtung. 4 rechts. Über Kuppe. Sprung. Lang. Macht auf. Mittig halten. Für 150. In Mittig halten. Über Kuppe. 50. Enge. 4 links. 100. Über Wellen. 5 rechts. Sehr lang. Macht zu. In 6 links. Übersprünge. Macht auf. In 6 rechts. Macht auf. 100. 5 rechts. 120. Bergauf. Rechts halten. In 6 links. 30. Über Kuppe. 4 links. Über Kuppe. In Achtung. 6 rechts. Und 6 links. Macht zu. Über Kuppe. In 1 rechts. Abzeit spät. Macht auf. 40. 4 links. 80. Mittig halten. Über Kuppe. In 6 links. 70. Rechts halten. In 6 links. Über Welle. 80. 6 links. Achtung. Rechts halten. Für 60. 5 links. Über Kuppe. 80. Achtung. Gabel. 4 rechts. Ja genau da habe ich nicht hingelenkt. Müsste ich mal sagen. Macht zu. Macht auf. 60. Über Kuppe. 3 rechts lang. Macht auf. 6. Ich war unten und die Game noch einmal. Fenster gedrückt. Bin auf dem Desktop. 40 Gabel. 4 links. Sehr lang. Macht auf. 50. Hallo. Was ist denn jetzt hier? Komme ich da wieder runter? Danke sehr. Der Berg war etwas hoch. Ja. 4 links. Sehr lang. Macht zu. In 4 rechts lang. Macht zu. Ich bin auch zweimal hängen geblieben. Ich habe es gesehen. Kirsch hat sich einmal überholt gehabt. Und dann hast du wieder Kirsch eingeholt. Über Zielen. Aber in dem Rennen hat man schon die abgenutzten Reifen. Ich habe es total gemerkt. Da wollte ich das Kalt Auer noch schlimmer werden. Mir ist hier irgendwas. Mein Handy ist ja runtergefallen. Wie hat sich das Auto in dieser WP angefühlt? Wie hat sich das Auto in dieser WP angefühlt? Möchtest du beim nächsten Service Änderungen am Setup vornehmen? Ich weiß nicht. Dürfen wir jetzt ja, ne? Änderungen am Setup. Ja, wenn man jetzt aus der Brille rausgucken könnte. Rosserieschaden. Motortemperaturbeschädigter Auspuff. Wenn ihr euch alle ein Gefallen tun wollt, dann denkt dran, neue Reifen aufzuziehen. Ne, ich wollte jetzt für die Standards. Was muss ich mitmachen? Achso, jetzt sind wir gleich im Service. Warten. Aber wir dürfen doch jetzt in Setup oder müssen wir weiter in Standard fahren, Dennis. Ihr dürft jetzt Setup machen, wenn ihr wollt. Der kommt freuide auf. Hoffentlich fährt die Karin dann anders. Mach dir da keine Hoffnung. Ja, wieder eine lange Session. Ja, okay. So, Garry ist wieder heil, ey. Neue Reifen nicht vergessen, ne? Und dann fliegt er. Ja, weil wir jetzt nämlich keine Reparaturen mehr vor uns haben. Wir haben noch vier Strecken. Die Reifen werden euch quälen wie sonst was. Vier oder fünf Strecken haben wir noch vor uns. Einfach die, die ich angeklickt habe, die nimmt er, oder was? Ach, da ist so ein grüner Haken. Den nimmt er wahrscheinlich. Ja, nimm den neuen Satz. Naja, aber der würde grüner Haken dran. Ja, ist halt das neue, genau. Vier oder fünf Stück haben wir, wie gesagt, mal vor uns. Das wird noch super werden jetzt. Ein hundert, sechs rechts. Hundertfünfzig. Mit die kalten Übersprung. In vier links. Viel Glück. Das wird jetzt super. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Einhundert. Sechs rechts. Hundertfünfzig. Mit die kalten Übersprung. In vier links. Macht zu über Kuppe. Macht auf. Sechs extra lang. Macht zu über Wellen. Fünfzig. Rechts halten über Kuppe. In drei rechts lang. Macht auf über Kuppe. Fünfzig. Sechs links über Kuppe. Neunzig. Früh fünf links. In sechs rechts. Macht auf. Einhundert. Sechs rechts. In vier links eng. Lang. Durchsenke. Achtzig. Sechs links übersprünge. Achtzig über Kuppe. Ja, komm. Dann hier, wenn das nicht so fällt. Achtzig über Kuppe. Sechs rechts eng. In sechs links langsam. Fünfzig bergab. Eins links. Abzweig. Abzweig. Macht auf. Fünfzig. Ja, abzweig. Ich war gerade aus. Mit die kalten über Kuppe. In drei rechts lang. Siebzig. Macht auf. Fünfzig. Mit die kalten über Kuppe. In drei rechts lang. Siebzig. Sechs links über Kuppe. Macht zu drei. Macht auf über Kuppe. Nicht noch ein Reha. Meine Fresse. Sechs rechts übersprungen. Einhundert. Fünf links über Kuppe. Extra lang. Macht zu. Ja, komm. Ich mach mal die Karre jetzt schon kaputt, bevor wir Winternacht haben, meine ich. Ja. Gut. War das ein Baum? Wollen wir da gegen fahren? Nein? Okay. Achtung. Sechs rechts über Kuppe. Macht zu vier. In drei links. In fünf rechts. Sehr lang. Macht zu. Drei. Lang klang. In drei links. In sechs rechts. Und sechs links über große Kuppe. Fünfzig. Achtung. Sechs links übersprungen. Dreißig. Zwo rechts. Macht zu. In drei links. In vier rechts lang. Macht auf über Kuppe. In sechs links. Alter. Und sechs rechts. Sehr lang. Macht zu vier. In drei links. In sechs rechts lang. In gabel. In vier links. Macht auf. Fünfzig. Sechs rechts über Kuppe. In links halten. Über Kuppe. Achtzig. Überwellen. Achtung. Vier rechts über Kuppe. In sechs links lang. Macht auf. Über Kuppe. Links halten. Für achtzig. Überwellen. Sechs links. Besprung. Sechzig. Sechs rechts. Sechs links. Fünfzig Gabel. Drei links lang. Macht auf. Über Kuppe. Fünfzig. Kuppe. Und fünf rechts über Kuppe. Dreißig. Vier links. Fünfzig. Mittige halten. Über Kuppe. Und vier rechts lang. Macht zu. Drei. In sechs links. Über Kuppe. In Achtung. Vier rechts. Macht zu. Fünfzig. Zwo links. Abzweig. Na 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 na. Sechs rechts lang. Dreißig. Ja. Wir fahren wieder auf den Berg drauf. Fünf links. Über Kuppe. Macht auf. Und macht zu. Vier. Über Kuppe. In sechs rechts. Macht auf. Sehr lang. In fünf links lang. Sechzig. Sechs links. Übersprung. Maybe. In Achtung. Sechs rechts lang. Macht auf. Mittig übersprungen. In sechs links. In sechs rechts lang. Fünfzig. Sechs links. In vier rechts. In sechs links lang. In vier rechts. Über Kuppe. Macht zu. Sehr lang. Und voll rechts. Über Kuppe. In sechs links. In sechs links. In sechs links. Durch Senke. Sechs links. Sehr lang. Macht zu. Macht auf. Siebzig. Bergauf. Sechs links. Über Kuppe lang. Macht zu. Vier. In fünf rechts lang. In sechs links. Und fünf rechts. Über Kuppe. In vier links lang. Macht zu. In achtung. Vier rechts. Über Kuppe. Macht auf. Auf lang. Siebzig. Sechs rechts. Über große Kuppe. Achtung. Macht zu. In vier links lang. Macht zu. Durch Senke. In drei rechts. Kurz. In sechs links. Über Kuppe. Macht auf. Extra lang. Macht zu. Zwo. In drei rechts. In sechs links. In sechs rechts. Über Kuppe. Gibt kaum Gas. Und sechs links. Extra lang. Macht auf. Über Kuppe und Sprung. Siebzig. Über Wellen. Achtung. Drei rechts. Macht zu. In drei links. Macht auf. Vier. Sehr lang. Macht zu. Über Kuppe. Fünfzig. Vier links. Über Kuppe. Und rechts halten. Für fünfzig. Vier links. In sechs rechts. Extra extra lang. Macht zu. Vier. Einhundert. Über Kuppe. Bei Kreuzung. Achtung. Vier rechts. Macht zu. Zwo. Links. Macht auf. In drei rechts. Macht auf. Sechs. Über Kuppe. Fünfzig. Drei links lang. Fünfzig. Drei rechts lang. Macht auf. In sechs links. Sechzig. Mit die kalten Übersprünge. In sechs rechts. Über Kuppe. In drei links. Lang. Sechzig. Macht auf. Drei rechts. Macht zu. Über Kuppe. Sechzig. Fünf rechts. Über Kuppe. Dreißig. Drei links. Macht auf. Passt ja zur jetzigen Jahreszeit. Und vier rechts. Das hast du doch mit Absicht gewollt. Über Kuppe. Fünfzig. Absicht gewollt. Vier rechts. In sechs links. Macht zu. Möbeln. Macht auf. Extra lang. Fünf rechts. Fünfzig. Rechts halten. Über Kuppe. Dreißig. Drei rechts durchsenke. In sechs links. Und vier rechts eng. In sechs links. Bei Kreuzung. Macht zu. Vier. Sehr lang. Macht zu. Drei. Das weiß ich jetzt schon. In vier rechts. Macht zu. Macht auf. Ein hundert. Bitte? Bleib einfach am Start stehen. Guck mal über Ziel. In vier links. Macht zu drei bis Stopp. Ist klar. Wir werden einmal Nachthalt haben. Das weiß ich. Das hab ich schon gelesen. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber warten wir auf die Zeiten. Oho. Motortemperatur. Yay. Und das sind's jeden. Bei der Temperatur. Bei der Außentemperatur. Tja. Was ist denn das geschafft? Ich kann's halt, weißt du? Bin mir nicht sicher, ob ich dieses Set auch besser finde. Keine Ahnung. Das ist noch nicht das Nachthrennen. Das ist noch nicht das Nachthrennen, das finde ich schade. Übersprung, maybe. 50, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, los. In sechs links, in sechs links, übersprung, maybe. 50, drei rechts lang, mach zu. 60, über Kuppe, Achtung, zwei links, sehr lang, mach zu. Macht auf. Macht auf. 70 bergauf. Das ganze Reifenkummi lasst es wahrscheinlich schon beim Starten. In sechs links, über Kuppe lang, mach zu, vier. In fünf rechts lang. Das kann sogar sein, ja. In sechs links. Und fünf rechts über Kuppe, in vier links lang, mach zu. 100. Fünf rechts eng, lang. 150, übersprungen und Wellen. Sechs rechts, über Kuppe sprung, in sechs links, mach zu. In achtung, vier rechts, über Kuppe, macht auf, lang. 70. Sechs rechts, über große Kuppe, Achtung, macht zu. In vier links lang, mach zu. Durchsenke, in drei rechts kurz. In sechs links, über Kuppe, macht auf, extra lang. Macht zu, zwei. In drei rechts, in sechs links, in sechs rechts, über Kuppe. Und sechs links, extra lang, macht auf, über Kuppe und Sprung. 70, über Wellen. Achtung, drei rechts, macht zu eng. In drei links, macht auf, vier, sehr lang. Macht zu, über Kuppe, 50. Vier links, über Kuppe. Und rechts halten, für 50. Vier links. In sechs rechts, extra, extra lang, macht zu, vier. 100, über Kuppe, bei Kreuzung. Achtung, vier rechts, macht zu, zwei, links. Macht auf, in drei rechts, macht auf, sechs, über Kuppe. 50. Drei links lang, 50. Drei rechts lang, macht auf. In sechs links, 60. Mit die kalten Übersprünge. In sechs rechts, über Kuppe. In drei links lang, 60. Drei rechts, macht zu, über Kuppe. 70. Fünf rechts, über Kuppe lang, 30. Drei links, macht auf. Und vier rechts, macht zu, drei, über Kuppe. 40. Vier rechts, in sechs links, macht zu, drei. Macht auf, extra lang, 40. 50. Fünf rechts, 50. Rechts halten, über Kuppe. 30. Drei rechts, durch senke. In sechs links. Und vier rechts eng. In sechs links, bei Kreuzung. Macht zu, vier, sehr lang, macht zu, drei. In vier rechts, macht zu, macht auf. 100. Kuppe über Ziel, in vier links, macht zu, drei, bis Stopp. Wertungsprüfung beendet, gut gemacht. Ja, guck mal. Dennis hat auch hohe Motortemperatur. Okay, wie auch immer. Halt mal die Kühle, Fallkratz. Oh, ähm, Kisch hat Strafe, okay. Ja, irgendwie auf so einem Wall aufgesessen und dahin geblieben. Ja, gut. Und the next one. Hallo, Nachtstrecke. Ich hab schon, wo hab ich denn schon mal, Sicherheitshalber. Ach gut, ich hab noch nicht. Start mit sechs rechts, 50. Noch. Ja, noch. Ja, noch. Vor Nachtsstrecken hab ich halt immer Angst, sorry. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Sechs rechts, 50, drei links, macht zu. Ah, aber sie flackert. In drei links, extra lang, macht auf, über Kreuzung. In drei links, über Kuppe, in fünf rechts und vier links durch Senke. Macht auf, über Kuppe, 40. Vier links, 40. Fünf rechts, macht zu drei, extra lang, 40. Drei links, macht auf, extra lang, macht zu. In drei rechts lang. In sechs links, über Kuppe, macht auf, lang, 30. Drei links, über Kuppe. Sechzig. Drei rechts, sehr lang, über Kuppe. 40. Sechs links, über Kuppe, 30. Mittig halten, über Kuppe, Sprung, in sechs rechts. Und drei links lang. In drei rechts, macht zu. Fünfzig, über Kuppe, in drei links, macht zu. In Gabel, drei rechts, macht zu, zwei. In fünf links, 100, über Wellen. Vier links, sehr lang, macht zu. In drei links, sehr lang, macht auf, mittig halten, über Kuppe. In fünf links, in fünf links, in fünf links, in fünf links, in vier rechts, durch Senke lang. In drei rechts, über Kuppe, 30. In fünf links, über Kuppe, 30. Früh fünf links, über Kuppe. Und sechs rechts, in achtung, sechs links, macht zu, drei. In drei rechts eng. Fünfzig, rechts halten, über Kuppe, 40. Drei links, macht zu. In vier rechts, durch Senke lang. In sechs links, sehr lang, über Kuppe. Siebzig, senke, in achtung. Vier links, macht zu, über Kuppe. In sechs rechts. Dreißig, sechs links, über Kuppe, sprung, macht auf. Achtzig, über Wellen, vier links, sehr lang, in drei rechts, macht zu. Vierzig, früh sechs links, macht auf, über Kuppe lang. Sechzig, rechts halten, über Kuppe, in vier links, macht auf. Macht zu, in vier rechts lang, macht auf, mit die Kalten, über Kuppe. Achtung, dreißig, zwei rechts lang, macht zu. Nein, 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 nein. Macht auf, fünfzig, Kuppe in sechs links lang, macht zu, zwei lang. Dreißig, sechs rechts, dreißig, über Ziel, fünf links, bis Stopp. Aua, natürlich muss ich das... Diese WP war schwierig, aber es hat sich schnell angefühlt. Okay. Und, immer noch Licht? Ja. Dafür läuft jetzt nur, läuft mein Reifen nicht mehr ganz rund. Oh, bei Kischa auch. Oh, die läuft zu. Achso, vielleicht zu vorher, die läuft alles perfekt. Wie hältst du deinen Motorkür, René? Wahrscheinlich nicht dauernd Vollgas. Ich wollte gerade sagen, ich fahre nicht Vollgas die ganze Zeit. Sonst würde ich die Karre gar nicht unter Kontrolle kriegen. Ich habe mir schon überlegt, ich müsste eigentlich echt ein Gaspedal haben, was ein bisschen stärkere Feder als Gegendruck hat. Das ist schon fast anstrengend, mich dauernd Vollgas zu geben. Ich dachte vielleicht schon, dass auch ein bisschen die Reifen, aber... Nee, die sind durch, die Reifen. Viel Glück. Naja, aber weniger durch, als bei uns. Das vielleicht, aber auch nur vielleicht. Ganz vielleicht. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Drei links, in langsam, drei rechts lang, mach zu, zwei. Vollgasbein auf, muss ich nicht so schnell, mach zu. In sechs rechts lang, mach zu, über Kuppe. Alter, ich bin ja nur noch am Querfahren. In sechs rechts, extra lang, über Kuppe. In sechs links, mach zu, drei, über Kuppe, sehr lang. Ein hundert. Sechs rechts, mach zu, über Kuppe. In sechs links, über Wellen. In rechts halten, für 150, über Wellen. Achtung, drei links, über Kuppe, macht auf. Ein hundert. Sechs rechts, ein hundert. Rechts halten, über kleine Kuppe. Siebzig. Vier links, innen bleiben, durch Senke, Kuppe. Achtung, fünf rechts lang, macht zu, in fünf links, macht auf, über Kuppe. Sechzig. Sechs rechts, links halten, für 150. Sechs rechts, sehr lang, in voll links, macht auf, 160. Sechs rechts, über Kuppe, links halten, für 60. Oh mein Gott, zum Fahrrad auch heiß. Sechs rechts, über Kuppe. Gedreht und bleibt so, man muss stehen. In sechs links, sechs rechts. Sechs rechts, sechs rechts, über Kuppe, sechs links, über Kuppe, langsam, 80. Vier links, sehr lang, bei Kreuzung. Achtung, 60, zwei links, ab Zweig lang, nach zu, 1. Nein, 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 nein. Einhundert. Kuppe voll Sprung, 130. Fast um diese Kurve. Sechs rechts, 120. 6 links, 6 rechts, über Brücke, macht auf, extra extra lang, 200, bergauf, über Wellen, mittig halten, über Kuppe voll, 60, 6 links, über Kuppe, 200, Achtung, 4 rechts, über Kuppe, Sprung, lang, macht auf, mittig halten, für 150, in mittig halten, über Kuppe, 50, enge 4 links, 100, über Wellen, 5 rechts, sehr lang, macht zu, in 6 links, über Sprünge, macht auf, in 6 rechts, macht auf, 100, 5 rechts, 120, bergauf, come on, Auto, please, please, rechts halten, in 6 links, 30, über Kuppe, 4 links, über Kuppe, in Achtung, 6 rechts und 6 links, macht zu, 4, über Kuppe, in 1 rechts, Abzweig spät, macht auf, 40, 4 links, 80, mittig halten, über Kuppe, in 6 links, 70, rechts halten, in 6 links, über Welle, 80, 6 links, Achtung, rechts halten, für 60, 5 links, über Kuppe, 80, Achtung, Gabel, 4 rechts, über Kuppe, sofort, 3 links, macht zu, macht auf, 60, über Kuppe, 3 rechts lang, macht auf, 6, 40, Gabel, 4 links, sehr lang, macht auf, 50, hätte ich diese 3 Dreher weggelassen, wäre das ein gutes Rennen geworden, haha. 4 links, sehr lang, macht zu, 4 rechts lang, macht zu, oh boy, aber dadurch war das ziemlich scheiße, ne. Macht auf, lang, über Ziel, 80, bis Stopp. Aber das Auto war auch nicht mehr fahren, weil alles so nicht durch die Reifen waren. Habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich eins an so einem Brückenpfeil einfach liegen lassen. Waren die Reifen in dieser Wertungsprüfung okay? Nein, die Reifen waren in dieser Wertungsprüfung nicht okay. Nein, die Reifen waren in dieser Wertungsprüfung nicht okay. Das ist ein Auto angefüllt. Wie schießt man? Meine Betriebe habe ich anscheinend auch etwas mitgenommen. Ach guck mal, jetzt hat da jemand doch auch mal geringen Karosserieschaden und kaputte Scheinwerfer mal gehabt. Aber alle Motoren sind wieder, ne, Demons sind auch noch heiß. Ja, unsere haben sich dann doch irgendwann abgekühlt, weißt du? Wir haben es doch überhaupt, ja. Wir haben es geschafft. Oh Gottes Willen. Dann brauchte ich den Reifen ja auch gar nicht mehr. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich dir irgendwie das Ding wieder übergeben wollte, weil ihr wollt noch irgendetwas nachfahren, hattet ihr dir gesagt. Oh, ich glaube ich verzichte. Ich muss eh eine neue Session öffnen. Egal, jetzt bist du der Host.